Ich bin ja so gespannt, was passiert. Ja, ich mach mir viel zu viel Hoffnung. Ja, das war halt jetzt voll unspektakulär, gell? Ja, ich bin ja so gespannt, dass du in San Andreas nur Respekt kriegst. Du kannst dir wenigstens das Geld dort cheaten. Und in GTA 5 kannst du das überhaupt auf keine Art und Weise. Ja genau. In GTA Online geht das nicht, weil du das kaufen müsstest, mit Barngeld. Mhm. Und in GTA 5, die Shark Cards, geht das überhaupt nicht. Zum Glück hast du in GTA 5 die Shark Cards. Ja, aber nur im Online-Modus. Mhm. Und da bringen die auch was. Ja, aber im Story-Modus, ich weiß auch nicht. Ich will schon mal gern wissen, was das bringt, wenn man den ganzen Honey-Golf-Platz da kaufen kann. Mhm. Oder einen Golf-Platz. Kommt ja dann auch schon. Sagst du mir das nächste an? Also genau da, wo ich stehe? Ne. Doch, genau da, wo ich stehe eigentlich. Hier. Aha. Da ist es ja. Da ist es ja. Da ist es ja. Ja, das ist in der Hand. An Innen. Ja, in der Lied und dem Monster. hinter dir. Da. Jetzt habe ich einen Stern bekommen. Was für das? Derfix. Geil. Ja genau da, links her. Da links. Da geht die Buse wenigstens Tag. Aha. Ja doch, hier. 46. Fuck. Uah. Mhm. Achso, ich hätte das jetzt wegen dem Baum echt nicht gesehen, gell? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Mhm. Da bist du auch geschmiert bei dem letzten. Das war der. Ja. Was ein ****. Derfix. Schau mal El Corona. El Corona. Na. Mhm. Haps. Da hast du fast keine Sprüge vor. Aha. Ja das reicht schon. Der Wiede doch 40. Was ist von oben? Die Autotür hört sich halt von der Tagestelle auch extrem laut an von hier, gell? Der Tagestelle steht zu. Da stehen trotzdem immer Leute. Na hinter dir was. Hinter mir, echt? Ja leider. Fix. Da soll das jetzt irgendwann nach Hause und fahren sein. Hier. Aber es wird oben. Aha. Kenn ich gar nicht. Hier rein? Da hoch springen. Wo hoch springen? Andersrum. Dreh dich. Da an dem, nah an dem Vorsprung. Ja an so nem Vorsprung. An so nem Vorsprung. Nein in die Gasse. Nein. Aber hier irgendwo. Da ist es. Haps gefunden. Die greifen mich an. Also hier hoch. Aha. Das nächste ist genau hier. Da ist es. Da ist es. Das ist das Motor. Ja. Ist nicht schon noch was spürt. Nee. Das hatten wir gestern schon, oder? Jetzt kommen wir zu dem was ich gestern so gehatet hab. Ne? Das ist in dem Tattoo-Stuhl wieder. Jetzt bin ich gespannt ob das ist. Ne ich glaub da ist es. Da ist es. Ja ok. Was ist das? Was wir jetzt noch nicht probieren? Nee das ist das nicht. Das ist ein anderes. Das war irgendwo in der Gasse da drin. Dahinter der rechts ist genau. Aha. Jetpack. 690. Das ist unter dem genau. Genau. Das hatten wir gestern auch schon. Das ist das unten. Das ist das schon. Das ist das unten an der... An der Brücke. An der Brücke ja. Wie nennt man das jetzt nochmal? Nicht Abfluss sagen. Bei dem Kanal hier. Nee Kanal nehmen wir auch nicht. Das hat da irgendeinen speziellen Namen. Schon? Ja. In Amerika. Kein Plan. Kein Plan. Da. Hast du schon. Nee. Aber hier ist es eigentlich. Ja. Das haben wir doch gestern auch noch. Aber ich hätte nicht gefunden. Da. Und der war genau. Ups. Aha. 70. Links. Links. Rechts. Unter dir. Da. Ach da. Aha. Läuft echt gut. Ach das kenn ich. Da waren wir gestern auch. Fix. Aha. Hier. Habs gefunden. Ja genau. Ja ja. Der hier? Ja ja. Ist das wirklich der? Naja das ist der an der anderen Seite von der Brücke. Hier. Ach das haben wir doch. Hä? Das haben wir schon. Hä? Das ist genau an der Ecke. Das hier ist es aber. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Da waren wir gestern auch mal. Fast. 75. Wir kommen dem Ziel näher. Achso. Ich sehe es. 76. Da. Boah. Alter. Das ist ein Graffiti. Soll das ein Witz sein? Das muss man erst mal erkennen können. Das ist ja schon die übelste Frechheit. Aha. Das ist asozial. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Das grüne sieht man nicht. Ah. Das hätte ich nie gesehen. Das ist bei dem besser zu sehen. Obwohl bei dem die meisten Sachen echt unleserlich waren. Die Steintreppe. Und jetzt den ganzen Weg durch da. Ach da. 80. Der Mond. Wie schön. Nee. Da ist es. Da rechts. Da ist es. Oho. Oho. Zwei komplett gleiche NPCs. Die werden in Zwillinge rumlaufen. Ich kack ab. Hey man. Take the shell. Oho. 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 Die kommen zum Schluss. Die kommen ganz zum Schluss. Ja. Hier. Hier kann man sich Chili Dogs holen. In der Mitte. Das ist es jetzt aber. Ja. Das ist das abgefuckte. Wonach wir gestern eine Stunde gesucht haben. Ohne Scheiß. Das hat den Haupthelfer da außen Aufnahme ausgemacht. Mhm. Ich will jetzt wissen wo das ist. Ver******. Wir haben da gestern eine halbe Stunde gesucht. Das ist in der Wand. Ja. Das ist aber nicht das wo wir nachgesucht haben. Das war noch viel weiter in der Stadt drin. Ja. Das war nicht so nah an dem. An der. An der. An der. Am Strand. Die Ecke? Ja genau. Ja passt. Wie viel haben wir? 87. Das ist geil. Hast du gerade gelacht wegen Tag Nummer 88? Nein weil ich dir den Furze geschoben hab. Was für ne Scheiße. Achso 88 jetzt verstehe ich's. Voll lustig. Am Wasser an der Wand. Die Treppen runter noch. Hm. Das Tag. Haha. Bei 85 speichere ich nochmal. 89? Sicher wir sind schon bei fast 90 und du bist bei 85 speichert. In was für ne abgefuckten Welt bin ich denn hängen geblieben ey. Das ist zwei weite rechts. Das ist ab 1880. Bei 69 hätte ich's ja verstanden. Aber 1880 war grad so. Ich bin ja am nächsten Mal in der Schule gesessen. Ja. Und dann hat die Lehrerin gesagt. Zora Zunski. Und dann haben wir die ganze Zeit gesagt. Zora Zunski. Zora Zunski. Zora Zunski. Das ist mir so abgebrochen. Da oben. Oh no. Flugschein geb ich dir nicht. Ich würd mir noch nicht mal nen Führerschein geben. 89. Ja dann scheiß auf den Safe State. Ja ist doch scheiß egal die Szene. Mhm. Das ist ja voll. Das ist jetzt abkackkillig oder ja. Ja oder ich. Weil ich zock das. Äh. Hier. Oh. 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 Das könnte sein. Ach da ist es. Oh. Das meinte mir. Das ist unwiderlich. Ich halt den Rauch gar nicht so gern. Lang in der Lunge. Dinger vom Spacey Laden. Keine Ahnung was die da verkauft wurden. Space Cookies. Nee guck mal. Die das sieht so aus wie. Ja fuck die könnten auch RCs drin verkaufen. Und da nicht klingelt. Da oben ist es. Woah. Ja. Woah. Boah. Also hochspringen kannst du schon überhaupt. Das ist was für P*****. Numero. Das ist schon kacke. Das ist wie. Das war meine alte Berufsschullehrerin. Die meinte da immer so. So jetzt holen wir alle unsere Blättle raus. Dann ist sie in der. Dann ist sie drin gestanden. Nein Frau Bübisch nochmal. Hast du das gesehen? Ich zeig's dir in der Aufnahme. Da ist gerade einer. Da ist gerade Motorradfahrer an mir vorbeigedrift. Aber an der Wand vorbeigedriftet. Das hat ausgesehen wie wenn du in Skate 3 so ein. So ein. Wallride machst man. Da sind jetzt gerade 3, 4 drin gewesen. Die überall versteckt waren. Ja das gerade. Das ist in der Einfahrt. Das hätte ich glaube ich. So ein Singleplayer hätte ich das glaube ich nicht gefunden. Da links. Aha. Da rum. Hier lang. Hier drin oder was. Ja genau. Ich hab mir geschaut. Ach jetzt seh ich selber da ist ein Schlitz. Ja verstehe. Boah. Das ist auch böse. Also die Marke auf der Karte ist ja nicht. Da müsste ich eigentlich so ein Patrick einblenden. Und da sind wir. So ich dich kennen auch so sehr. Ich trau's mir auch zu. Ich seh's. Hab bitte den Patrick darüber das Graffiti. Den Patrick zum Graffiti? Aufs Graffiti. Übers Graffiti. So. Wie er dann sagt unter 4. Unter 4. Gibt sowas überhaupt nicht. Ich glaube nicht. Ich bin zugespannt. Hier. Ich hab's. Ja. Ich hab's. Hier. Ja links an der Wand ist es dann in der Bildung. Ah. 98. Fuck die. Die Belohnung wird so lächerlich. Ich sag jetzt schon voraus. Dass sich das überhaupt nicht lohnt. Ich hab's gefunden. Ja. Genau das ist es. Es ging echt fix. Sag bloß. Ey wir haben das eine was wir gestern ewig nicht gefunden haben. Das war gar nicht dabei. Deswegen gab's das nicht. Deswegen war's. Rätsel gelöst. Das was wir gestern gesucht haben. Gibt's einfach nicht. Boah wie dumm. Was ist denn das schon wieder für ne Scheiße. Da hat irgendeiner sich beim Karten schon geantwortet. Ja voll. Oder wir haben die Karte falsch gelesen. Nee. Nee. Geben wir den anderen die Schuld. Das war genau auf der Stelle wo es sein sollte. In einer halbe Stunde rumgelaufen. Ja fix. Ich geb einfach wen anders die Schuld. Waa. 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 Im Eingang vom Tunnel. Ich hab's. Ich hab's nicht. Ich hab's. Bist du bereit? Ja mach einfach. Du Affe. Ich hab's nicht mehr gelb bekommen. 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 Wieso wollten wir das nochmal machen? Ich hab's doch keine Ahnung. Oh ich hab ne coole Idee. Sollen wir alle Dinger voll spielen? Alle Graphic. Oh ja. Ich hab gedacht das machen wir so, dass ich dann schön alle in meinem Storymodus drin hab. Ja. I'm so, wie du es machst. Na, wer ziel da ist? Ja, das war halt jetzt voll unspektakulär gell. M chodzi。 Hat sich da überhaupt was getan? ZIg mal. Ich speicher einfach. Jaaa wir haben pending Molotow Cocktail jetzt. Jaaa wir haben nulle Molotow Cocktail jetzt. Geil. Oho oh ohoho. Okay, gut ein paar Sachen haben sie doch. Ja das ist cool. Das ist fett. Also. Also nochmal zum mitschreiben. Die Gangmitglieder haben jetzt einfach nur bessere Waffen. Ne. dafür müssen wir das Spiel wieder durchspielen, dass die Gangmitglieder auch bessere Waffen haben. Also haben wir einen Molotow und eine kleine Flinte bekommen. Also wenn man andere Supplies vom Durchspielen von 100% oder so weiter hat, dann lohnt sich das bestimmt. Dann ist das bestimmt geil. Dann baut sich das alles so Stück für Stück auf, aber das an sich war eigentlich komplett lächerlich. Fuck, man. Vielen Dank für die verschwendete Zeit. Please subscribe, ey da, please.